Es ist ein Dopplerabend mit The Ghost of Canterville, die Weltworfung von Gordon Gettys Oper, zusammen mit Bajaci von Leon Cavallo. Was mich interessiert hat, sind, dass beide Stücke eine ähnliche Thematik haben. Es geht um den Künstler. The Ghost of Canterville ist keine Märchen-Oper mit Gespenstern wie bei Oscar Wilde. Gettys macht daraus eine Reflexion über das Künstlersein. Die Ortis-Familie, die haben dieses Schloss von Canterville gekauft und bis dorthin hat dieser Gespenst immer große Erfolge gehabt, weil die Einwohner sind nicht länger als eine Nacht in dem Schloss geblieben. Ich versuche meine besten Kostüme, und sie sind einfach nicht mehr Angst vor mir. Und es schafft mich, denn es schlägt meine ganze Identität als Performer und als Ängter und macht mich herauszufinden, dass vielleicht mein Zeitpunkt passierte. Wir haben eine größtmögliche Abwechslung auch fürs Ohr dabei. Im ersten Teil, ich möchte es mal als Kammerspiel bezeichnen, The Ghost of Canterville, wirklich nur Solisten, als Gesangssolisten auf der Bühne. Und im zweiten Teil haben wir dann klangliche Opulenz pur, ein wirklich großes spätromantisches Sinfonieorchester inklusive zweier Harfen und dieser wunderbare Verismo Leon Cavallos. Es ist ein Künstler-Truppe in Kalabrien. Der Chef von dieser Truppe, der Direktor, hat Probleme mit seiner Frau, sie will ihn verlassen. Nur sie ist die einzige Attraktion von der Truppe. Wenn sie weg ist, dann ist die Truppe tot. Der Sendert schlecht und im Endeffekt ist die berühmteste Arriette des Stückes, ist Vesti La Juba von Dencaño, der Direktor der Truppe, der sagt, solange das Publikum zahlt, muss man sich verstellen, aber die Privatperson eines Künstlers auf der Bühne interessiert nicht. Und im zweiten Teil der Truppe. 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 Vielen Dank.